herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute das falsche gewicht von josef rot vorstellen josef rot ist einer meiner lieblings autoren du hast vielleicht schon das stück hiob oder die legende vom heiligen trinker gelesen oder gehört das werk das falsche gewicht ist weniger bekannt und trotzdem unglaublich gut viel spaß beim zuhören und vergiss bitte nicht mir einen kommentar oder ein like zu hinterlassen ganz besonders freue ich mich natürlich wenn du meinen kanal abonnierst genug der vorrede los geht's josef rot das falsche gewicht die geschichte eines eichmeisters erstes kapitel es war einmal im bezirks lotto grott ein eichmeister der hieß anselm eibenschütz seine aufgabe bestand darin die maße und die gewichte der kaufleute im ganzen bezirk zu prüfen in bestimmten zeiträumen geht eibenschütz also von einem laden zum anderen und untersucht die ellen und die wagen und die gewichte es begleitet ihn ein wachtmeister der gendarmerie in voller rüstung dadurch gibt der staat zu erkennen dass er mit waffen wenn es nötig werden sollte die fälscher zu strafen bedacht ist jedem gebot getreu dass in der heiligen schrift verkündet wird und demzufolge ein fälscher gleich ist einem räuber was nuns lotto grott betrifft so war dieser bezirk ziemlich ausgedehnt er umfasste vier größere dörfer zwei bedeutende marktweiler und schließlich das städtchen lotto grott selbst der eichmeister benützte für seine dienstwege ein errarisches einspänniges zweiräderiges wegelchen samt einem schimmel für dessen erhaltung eibenschütz selbst aufzukommen hatte der schimmel besaß noch ein ansehnliches temperament er hatte drei jahre beim drehen gedient und war nur infolge einer plötzlichen erblindung am linken auge deren ursache auch der veterinär nicht erklären konnte dem zivildienst überstellt worden es war immerhin ein stattlicher schimmel vorgespannt einem hurtigen goldgelben wägelchen darin saß an manchen tagen neben dem eichmeister eibenschütz der wachtmeister der gendarmerie wenzel slamer auf seinem sandgelben helm glänzten die goldene pickel und der kaiserliche doppeladler zwischen seinen knien ragte das gewehr mit aufgepflanzten bayonett empor zügel und peitsche hielt der eichmeister in der hand sein blonder und weicher mit sorgfalt empor gewichster schnurrbart schimmerte ebenso golden wie doppeladler und pickelhaube aus dem gleichen material schien er gemacht von zeit zu zeit knallte fröhlich die peitsche und es war als lachte sie geradezu der schimmel galoppierte dahin mit ehrgeiziger eleganz und mit dem elan eines aktiven kavalerie pferdes und an heißen sommertagen wenn die straßen und wege des bezirkes lotto grott ganz trocken und beinahe durstig waren erhob sich ein gewaltiger grau goldener staubwirbel und hüllte den schimmel das wegelchen den wachtmeister und den eichmeister ein im winter aber stand dem anselm eibenschutz ein kleiner zweisitziger schlitten zur verfügung der schimmel hatte den gleichen eleganten galopp sommer wie winter kein grau goldener mehr sondern ein silberner ein schneewirbel hüllte den wachtmeister den eichmeister den schlitten in unsichtbarkeit und den schimmel erst recht da er fast so weiß war wie der schnee anselm eibenschutz unser eichmeister war ein sehr stattlicher mann er war ein alter soldat er hatte seine zwölf jahre als länger dienender unteroffizier beim elften artillerie regiment verbracht er hatte wie man zu sagen pflegt von der pike auf gedient er war ein redlicher soldat gewesen und er hätte niemals das militär verlassen wenn ihn nicht seine frau in ihrer strengen ja unerbitterlichen weise dazu gezwungen hätte er hatte geheiratet wie es fast alle länger dienten unteroffiziere zu tun pflegen ach sie sind einsam die länger dienten unteroffiziere nur männer sehen sie lauter männer die frauen denen sie begegnen huschen an ihnen vorbei wie schwalben sie heiraten die unteroffiziere sozusagen um wenigstens eine einzige schwalbe zu behalten also hat er auch der länger dienende feuerwerker eibenschutz geheiratet eine gleichgültige frau wie jeder hätte sehen können es tat ihm so leid seine uniform zu verlassen er hatte zivilkleider nicht gern es war ihm zumute wie etwa einer schnecke die man zwingt ihr haus zu verlassen dass sie aus ihrem eigenen speichel also aus ihrem fleisch und blut ein viertel schnecken leben lang gebaut hatte aber anderen kameraden ging es beinahe genauso die meisten hatten frauen aus irrtum aus einsamkeit aus liebe was weiß man alle gehorchten den frauen aus furcht und aus ritterlichkeit und aus gewohnheit und aus angst vor der einsamkeit was weiß man aber kurz und gut eibenschutz verließ die armee er zog die uniform aus die geliebte uniform verließ die kaserne die geliebte kaserne jeder länger dienende unteroffizier hat ein recht auf einen posten eibenschutz der aus dem märischen städtchen nikolsburg stammte hatte längere zeit versucht in seiner heimat als sequester oder konzipist zurück zu gelangen wenn er schon dank seiner frau gezwungen war die armee sein zweites und vielleicht sein eigentliches nikolsburg zu verlassen man brauchte aber um jene zeit in ganz mehreren weder sequester noch konzipisten alle gesuche des eibenschutz wurden abschlägig beschieden da ergriff ihn zum ersten mal ein echter zorn gegen seine frau und er ein feuerwerker der so vielen manövern und vorgesetzten stand gehalten hatte gelobte sich selbst dass er von stunde ab stark gegen seine frau sein würde regina hieß sie in seine uniform hatte sie sich der einst verliebt fünf jahre war es im ganzen her jetzt nachdem sie ihn in vielen nächten nackt und ohne uniform gesehen und besessen hatte verlangte sie von ihm zivil und stellung und heim und kinder und enkel und was weiß man noch alles aber der zorn nutzte gar nichts dem an seinem eibenschutz nachdem er die nachricht erhalten hatte dass der posten eines eichmeisters ins lotto grott frei sei er rüstete ab er verließ die kaserne die uniform die kameraden und die freunde er fuhr nachs lotto grott zweites kapitel der bezirks lotto grott lag im fernen osten der monarchie in jener gegend hatte es vorher einen faulen eichmeister gegeben wie lange war es her die älteren erinnerten sich noch daran dass es überhaupt maße und gewichte gab es gab nur wagen nur wagen gab es stoffe maß man mit dem arm und alle welt weiß dass ein männer arm von der geschlossenen faust bis hinauf zum ellenbogen eine elle misst nicht mehr und nicht weniger alle welt wusste ferner dass ein silberner leuchter ein pfund 20 gramm wog und ein leuchter aus messing ungefähr zwei pfund ja in jener gegend gab es viele leute die sich überhaupt nicht auf das wägen und das messen verließen sie wogen in der hand und sie maßen mit dem aug es war keine günstige gegend für einen staatlichen eichmeister es hatte wie gesagt vor der ankunft des feuerwerkers anselm eibenschutz noch einen anderen eichmeister im bezirk slottokrott gegeben aber was war das für ein eichmeister gewesen alt und schwach und dem alkohol ergeben hatte er niemals die maße und die gewichte im städtchen slottokrott selbst geprüft geschweige denn in den dörfern und marktflecken die zum bezirk gehörten deshalb hatte er auch als er begraben wurde ein außerordentlich schönes leichen begängnis alle kaufleute folgten seinem sage die mit den falschen gewichten wogen mit dem silbernen und messingnen leuchter nämlich jene die mit dem arm von der geschlossenen faust bis zum ellenbogen maßen und viele andere die es ohne eigennutz und lediglich gewissermaßen aus prinzip bitter beklagten dass ein prüfer der gewichte dahin gegangen war der selber kaum eines besessen haben konnte denn die leute in dieser gegend betrachteten all jene welche die forderung an recht gesetz gerechtigkeit und staat unerbitterlich vertraten als geborene feinde vorgeschriebene maße und gewichte in den geschäften zu halten war bereits eine sache die man kaum vor dem eigenen gewissen verantworten konnte was aber bedeutete erst die ankunft eines neuen gewissenhaften eichmeisters genauso groß wie die trauer gewesen war mit der man den alten eichmeister zu grabe getragen hatte war das misstrauen mit dem man anselm eibenschutz in slottokrott empfing man sah nämlich auf den ersten blick dass er nicht alt nicht schwächlich nicht trunksüchtig war sondern im gegenteil stattlich kräftig und redlich vor allem allzu redlich trittes kapitel und dass euch ungünstigen bedingungen trat anselm eibenschutz sein neues amt im bezirkslottokrott an er kam im frühling an einem der letzten märztage in der bosnischen garnition des feuerwerkers eibenschutz hatten schon die eich kätzchen linde geschimmert der goldregen zu leuchten begonnen die amseln flöteten bereits auf dem rasen die leerchen trillerten schon in der luft als eibenschutz nach dem nördlichen slottokrott kam lag noch der weiße dichte schnee in den straßen und an den rändern der dächer hingen die strengen die unerbittlichen eiszapfen eibenschutz ging die ersten tage einher wie ein plötzlicher taubter er verstand die sprache des landes zwar aber es ging ja gar nicht so sehr darum zu verstehen was die menschen sagten sondern was das land selber sprach und das land redete fürchterlich es redete schnee finsternis kälte und eiszapfen obwohl der kalender den frühling erzählte und in den wäldern der bosnischen garnition sipolier schon längst die feilchen blühten hier aber ins lotto grott krächzen die krähen in den kahlen weiden und kastanien in ganzen büscheln hingen sie an den nackten zweigen und es sah aus als wären sie gar keine vögel sondern eine art geflügelter früchte der kleine fluss strominka hieß er schlief noch unter einer schweren eisdecke und die kinder klitschten fröhlich über ihn dahin und ihre fröhlichkeit machte den armen eichmeister noch trauriger plötzlich in der nacht vom kirchturm hatte es noch nicht mitternacht geschlagen hörte eibenschütz das große krachen der geborstenen eisdecke obwohl es wie gesagt mitten in der nacht war begannen auf einmal die eiszapfen an den dachrändern zu schmelzen und die tropfen fielen hart auf den hölzernen bürgersteig ein linder süßer wind aus dem süden hatte sie zum schmelzen gebracht er war ein nächtlicher bruder der sonne an allen häuschen gegen die läden auf die menschen erschienen an den fenstern viele verließen auch ihre häuser an einem hellblau leuchtenden himmel standen kalt ewig prächtig die sterne die goldenen und die silbernen und es sah aus als lauschten sie auch von der höhe dem krachen und poltern viele einwohner zogen sich eilig an wie man sich sonst nur bei feuersbrünsten anzieht und zogen zum fluss mit windlichtern und laternen stellten sie sich an seine beiden ufer und sahen zu wie das eis barst und wie der fluss aus seinem winterschlaf erwachte manche hüpften in kindischer freude auf eine der großen dahintreibenden schollen schwammen eilig mit ihr davon die laterne in der hand grüße noch winkten sie mit ihr den am ufer zurückgebliebenen und erst nach einer langen weile sprangen sie wieder ans ufer alle benahmen sich ausgelassen und töricht zum ersten mal seit seiner ankunft begann da der eichmeister mit dem und jenem einwohner des städtchens zu sprechen der und jener fragte den eibenschutz woher er komme und was er hier zu machen gedenke er gab auskunft freundlich und zufrieden die ganze nacht blieb er wach mit den einwohnern des städtchens am morgen als er heimkehrte und sich das krachen des eises schon besänftigt hatte fühlte er sich wieder traurig und einsam zum ersten mal verspürte er jenen schauder den ahnung allein bereiten kann er fühlte dass sich hier ins lotto grott sein schicksal erfüllen sollte zum ersten mal auch in seinem ganzen tapferen leben hatte er angst und zum ersten mal als er im grauenden morgen heim kam und sich aufs bett legte fand er keinen schlaf er weckte seine frau regina seltsame gedanken kamen ihm er musste sie aussprechen er hatte eigentlich fragen wollen warum der mensch so allein sei aber er schämte sich und sagte nur regina jetzt sind wir ganz allein die frau saß aufgerichtet in den kissen in einem lila nachtgewand der morgen sickerte spärlich durch die ritzen der fensterläden die frau erinnerte eibenschütz an eine tulpe die während dieser ersten frühlingsnacht ins lotto grott zu welken begonnen hatte regina sagte eibenschütz ich fürchte ich hätte niemals die kaserne verlassen sollen für mich sind drei jahre kaserne gerade genug sagte die frau lass mich jetzt schlafen sie fiel auch sofort in die kissen zurück eibenschütz schließt einen fensterladen auf und sah hinaus in die straße aber auch der morgen war welk welk war der morgen sogar der morgen war welk viertes kapitel ringsherum gab es kinder kinder gab es ringsherum der wachtmeister der gendarmerie wenzel slamer hatte sogar zweimal hintereinander innerhalb von 20 monaten zwillinge bekommen es wimmelte ringsherum von kindern überall wo eibenschütz hinblickte sah er kinder sie spielten im rindstein mit dem schmutzigen wasser sie spielten murmeln im trockenen sie spielten auf den alten bänken des kümmerlichen parks ins lotto grott ein schwindsüchtiger park ein park im sterben begriffen sie spielten im regen und im sturm sie spielten ball und reifen und kegel überall wo der eichmeister eibenschütz hinblickte sah er kinder lauter kinder die gegend war fruchtbar es war kein zweifel wenn der eichmeister eibenschütz kinder gehabt hätte es wäre alles anders gewesen ihm zumindest schien es so sehr einsam war er und er fühlte sich fremd und heimatlos in der ungewohnten zivilkleidung nachdem er zwölf jahre in seiner dunkelbraunen artillerieuniform gehaust hatte seine frau was war sie ihm zum ersten mal fragte er sich warum und wozu er sie geheiratet hatte darüber erschrak er gewaltig er erschrak darüber gewaltig weil er sich selbst niemals zugetraut hätte dass er überhaupt erschrecken könnte es kam ihm vor dass er wie man sagt aus der bahn geworfen sei und dabei hat er doch immer wieder und ständig seinen rechten weg eingehalten aber immerhin soldatische disziplin getreu und aus furcht vor der furcht ergab er sich seinem dienst und seinen pflichten niemals vorher hatte man einen dem staat dem gesetz dem gewicht und dem maß so ergebenen eichmeister gesehen in dieser gegend er entdeckte plötzlich dass er seine frau nicht liebte denn nun da er allein und einsam war in der stadt im bezirk im amt unter den menschen verlangte er liebe und zutraulichkeit zu hause und da sah er dass nichts davon vorhanden war manchmal in der nacht richtete er sich im bett auf und betrachtete seine frau im gelblichen schimmer des nachtlämpchen das oben auf dem kleiderkasten stand und nicht nur die finsternis nicht vertrieb sondern sogar an einer art leuchtenden kerns der nacht im zimmer erinnerte erschien die schlafende frau regina dem eichmeister eibenschütz wie eine trockene frucht er richtete sich im bett auf und betrachtete sie ausführlich je länger er sie ansah desto einsamer fühlte er sich es war als ob ihr anblick allein einsamkeit bereitete zu ihm so an seinem eibenschütz gehörte sie gar nicht so wie sie da lag mit schönen brüsten mit dem ruhigen kindergesicht und den kühn geschwungenen augenbrauen und dem lieben halb offenen mund und dem kleinen leichten schimmer der zähne zwischen den dunkelroten lippen keine begierde mehr trieb ihn zu ihr wie einst in früheren nächten liebte er sie noch begehrte er sie noch er war sehr einsam der eichmeister anselm eibenschütz bei tag und bei nacht war er einsam fünftes kapitel nachdem er vier wochen im bezirks lottokrott verbracht hatte schlug ihm der wachtmeister wenzel slama vor dem sparverein der älteren staatsbeamten beizutreten diesem verein gehörten sequester konzipisten und sogar gerichtsadjunkte an alle spielten tarock und bakara zweimal in der woche versammelten sie sich im café bristol dem einzigen kaffeehaus im städtchen slottokrott alle mitglieder des vereins begegneten dem eichmeister eibenschütz mit misstrauen und zwar nicht nur deshalb weil er ein fremder und neu angekommener war sondern auch weil sie in ihm einen durchaus redlichen und noch nicht verlorenen vermuteten sie selbst nämlich waren durchwegs verlorene sie ließen sich bestechen und bestachen andere sie betrogen gott und die welt und die vorgesetzten aber auch die vorgesetzten betrogen wieder ihre höheren vorgesetzten die in den weiten größeren städten saßen im verein der älteren staatsbeamten betrug einer den anderen beim kartenspiel und nicht etwa aus purer gewinnsucht sondern einfach so aus lust am betrügen anselm eibenschütz aber betrug nicht und was seine freundin noch stärker gegen ihn aufregte war nicht so sehr die tatsache dass er selbst nicht betrug sondern vor allem dass er einen betrug dem er anheim gefallen war gleichgültig aufnahmen also war er in der mitte der anderen noch einsamer die kaufleute hassten ihn mit ausnahme eines einzigen von dem aber erst später die rede sein soll die kaufleute hassten ihn weil sie ihn fürchteten wenn sie ihn ankommen sahen in seinem goldgelben wägelchen den gendarm an der seite wagten sie selbst ihre türen zu schließen wohl wussten sie dass sie gezwungen sein würden die läden zu öffnen sobald der gendarm dreimal angepacht hatte aber nein sie schlossen die türen lediglich um dem eichmeister eibenschutz zu ärgern denn er hatte schon mehrere kaufleute angezeigt und vor gericht gebracht wenn er spät abends nach hause kam im sommer verschwitzt halb erfroren im winter erwartete ihn mit finsterer stirn seine frau wie hatte er nur so lange zeit mit einer so fremden frau zusammenleben können es war ihm als hätte er sie erst vor kurzem erkannt und immer eine minute bevor er ins haus trat hatte er angst sie würde sich seit gestern verändert haben können und wieder eine andere neue aber ebenso finstere sein gewöhnlich saß sie stricken unter dem rundbrenner in emsiger gehässiger und erbitterter demut doch war sie hübsch anzusehen mit ihrem schwarzen glatten scheitel und ihrer trotzigen kurzen oberlippe die einen kindlichen mutwillen vortäuschte sie hob nur den blick ihre hände strickten weiter sollen wir jetzt essen fragte sie ja sagte er sie legte das strickzeug hin einen gefährlichen giftgrünen knäuel mit zwei träumten nadeln und ein angefangenes stückchen strumpf das eigentlich aussah wie ein überrest ein noch nicht geborenes und schon zerstückeltes werk trümmer 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 eibenschutz starrte darauf während er die peinlichen geräusche vernahm die seine frau in der küche verursachte und die grelle und gemeine stimme des dienstmädchens obwohl er hungrig war wünschte er die frau möchte möglichst lange in der küche bleiben warum gab es keine kinder im haus sechstes kapitel ein paar mal in der woche erhielt er eine umfängliche post gewissenhafter beamter der er war klassifizierte er alle briefe säuberlich die eichmeisterei war in der bezirkshauptmannschaft untergebracht im hoftrakt in einem halbdunklen zimmerchen eibenschutz saß dort an einem schmalen grünen tisch ihm gegenüber ein junger schreiber ein sogenannter vertragsbeamter der sehr blond war geradezu aufreizend blond und sehr ehrgeizig er hieß josef nowak und eibenschutz konnte ihn schon des namens wegen nicht leiden denn genau so hat er ein verhasster schulkollege geheißen dessen wegen eibenschutz das gymnasium in nicolsburg hatte verlassen müssen dessen wegen hatte er sich so früh zum militär gemeldet dessen wegen dies aber bildete sich der eichmeister nur ein hat er auch geheiratet und gerade diese frau regina der vertragsbeamte war freilich ganz unschuldig am schicksal des eibenschutz er war nicht nur aufreizend blond und ehrgeizig sondern auch rachsüchtig hinter biegsamen und schmeichlerischen manieren verbarg er eine dem eichmeister eibenschutz aber wohl erkenntliche sucht seinem vorgesetzten zu schaden unter den briefen die an das eichmeisteramt kam befanden sich auch die seinen mit verstellter hand geschrieben es waren droh und denunziationsbriefe sie verwirrten den eichmeister eibenschutz denn seine peinliche bedachtsamkeit gebot ihm jeder anzeige nachzugehen und jede drohung dem janemarie kommando anzuzeigen im stillen gestand er sich selbst dass er nicht dazu geschaffen war beamter zu sein und gar in dieser gegend in der kaserne hätte er bleiben müssen ja in der kaserne bei den soldaten war alles geregelt man bekam keine drohbriefe und keine denunziation die verantwortung eines jeden soldaten für alles was er tat und für alles was er unterließ lag irgendwo hoch über ihm er wusste selber gar nicht wo wie leicht und frei war das leben in der kaserne gewesen eines tages nahm er ein paar drohbriefe in seiner aktentasche nach hause obwohl er das gefühl hatte dass er eine unredlichkeit begehe aber es drängte ihn die briefe seiner frau zu zeigen und er konnte diesem drang nicht widerstehen er kam also zum mittagessen pünktlich wie er nur an den tagen war an denen er keine fahrten in die dörfer des bezirks unternahm je näher er seinem häuschen kam es lag neben dem des gendarmerie wachtmeister slamer am rande der stadt desto heißer wurde sein zorn und nahe vor der tür war es bereits eine kochende wut als er gar seine frau erblickte sie saß wie gewöhnlich am fenster mit einem giftgrünen strickzeug beschäftigt erwachte in ihm auch noch ein hass der ihn selbst erschreckte was will ich eigentlich von ihr fragte er sich und daher keine antwort geben konnte wurde er noch zorniger und als er eintrat war für die briefe auf den bereits gedeckten tisch und sagte mit unheimlich leiser stimme es war als schrie er lautlos da lies was du mir angerichtet hast die frau legte das strickzeug weg mit gewissenhaften gebärden als wäre sie selbst ein staatsbeamter öffnete sie einen brief nach dem anderen indessen saß der eichmeister eibenschutz in hut und mantel wie bereits zu einer sofortigen abreise wütend auf seinem stuhl und je schweigsamer und gewissenhafter seine frau las desto heißer wurde seine wut er beobachtete ihr gesicht er glaubte deutlich zu sehen dass seine frau ein hartes ein leidendes aber dennoch böses gesicht bekam in manchen augenblicken klick sie ihrer mutter erinnerte sich genau an seine schwiegermutter sie lebte in sternberg in meeren als er sie zuletzt gesehen hatte es war bei der trauung hatte sie ein grauseidenes kleid getragen es war ein panzer ihren dürren und welken leib umschloss es bis zum halse als hätte sie pfeile und lanzen zu befürchten ein lorgnant trug sie vor den augen wenn sie es ablegte klich sie einem ritter der ein visier fallen lässt auch seine frau ließ ein unsichtbares lorgnant ein unsichtbares visier fallen sie erhob sich nachdem sie gewissenhaft alle briefe gelesen hatte und sagte du hast doch keine angst oder hast du etwa angst so wenig bekümmern sie also die gefahren die mich bedrohen dachte der eichmeister und er erwiderte so wenig bekümmern dich also die gefahren die mir drohen wozu hast du mich gezwungen die kaserne zu verlassen wozu warum sie antwortete nicht sie gingen die küche und kehrte mit zwei schüsseln dampfende suppe zurück in schweigsamem groll aber nicht ohne appetit als der eichmeister eibenschütz sein gewohntes mittagessen aus nudelsuppe bestand es aus spitzfleisch und aus zwetschgenknödeln ohne ein wort zu sagen verließ er das haus und ging ins amt er vergaß allerdings nicht die drohbriefe wieder mitzunehmen siebtes kapitel in dem dorf swabi das zum bezirks lotto gehörte war laibosch jatlovka mächtiger als der wachtmeister der gendarmerie selbst man muss wissen wer laibosch jatlovka war von unbekannter herkunft man munkelte dass er vor jahren aus odessa gekommen und dass sein name eigentlich nicht der richtige sei er besaß die sogenannte grenz schenke und man wusste nicht einmal auf welcher weise er in ihren besitz gekommen war auf eine geheimnisvolle niemals erforschte weise war der frühere besitzer ein alter silberbärtiger jude umgekommen man hatte ihn eines tages erfroren aufgefunden im grenzwald halb schon von wölfen zerfressen kein mensch auch der diener ohne freie nicht hätte sagen können warum und wozu der alte jude mitten im frost durch den grenzwald gegangen war die tatsache allein bestand dass er der keine kinder hatte einen einzigen erben besaß nämlich seinen neffen laibosch jatlovka von jatlovka ging das gerücht er sei aus odessa geflüchtet weil er einen mann mit einem zuckerhut erschlagen hatte im übrigen war es kaum ein gerücht es war beinahe eine wahrheit laibosch jatlovka erzählte selbst die geschichte jedem der es hören wollte er war so erzählte er hafenarbeiter gewesen und er hatte einen feind unter seinen kameraden und ihn der ein bärenstacker kerl gewesen sein sollte er schlug eines abends während sie gemeinsam zuckerhüte von einem waren schiff abluten jatlovka mit einem jener zuckerhüte in folge eines streits deswegen auch wäre über die grenze russlands geflüchtet man glaubt ihm alles dass er ein hafenarbeiter gewesen war und dass er gemordet hatte man glaubte ihnen nur eines nicht nämlich seinen namen laibosch jatlovka und man nannte ihn deshalb im ganzen bezirks lotto grott einfach laibosch den wilden es gab grund genug ihn so zu nennen denn seine grenz schenke war der sammelplatz aller taugenichtse und verbrecher dreimal in der woche wird selbst der berüchtigte russische agent für die american line die deserteure der russischen armee in der grenz schenke jatlovkas ab damit sie von da aus weiter nach holland nach kanada nach südamerika kämen wie gesagt taugenichtse und verbrecher verkehrten in der grenz schenke jatlovkas landstreicher bettler diebe und räuber beherbergte er und dermaßen schlau war er dass ihm das gesetz nicht beikommen konnte immer waren seine papiere und die seiner gäste in ordnung nichts nachteiliges nichts unsittliches konnten über seinen lebenswandel die beruflichen spitzel berichten die an der grenze herumwimmelten wie mücken es ging von laibosch jatlovka das gerücht herum dass er der urheber aller verbrechen im ganzen bezirks lotto grott sei und es waren nicht wenige verbrechen morde kamen vor raubmorde und auch brandlegungen von diebstählen nicht zu reden österreichische deserteure die nach russland russische die nach österreich flüchteten tauschte er gewissermaßen aus jene die nicht bezahlten ließ er so hieß es wahrscheinlich erschießen von den österreichischen oder von den russischen grenzposten je nachdem jatlovka hatte nicht nur auf eine rätselhafte weise seine konzession für die grenz schenke bekommen sondern auch eine für einen spitzerei wahnladen und unter spitzerei schien er etwas ganz besonderes zu verstehen denn er verkaufte nicht nur mehl hafer zucker tabak brandwein bier karamellen schokolade zwirn seife knöpfe und bindfaden er handelte auch mit mädchen und mit männern er verfertigte falsche gewichte und verkaufte sie den händlern in der umgebung und manche wollten wissen dass er auch falsches geld herstellte silber gold und papier natürlich war er der feind des eichmeisters anselm eibenschütz er begriff überhaupt nicht wieso und warum ein sonst gesunder und vernünftiger mann sich um staat recht und gesetz kümmern konnte er hasste den eichmeister eibenschütz nicht weil diese ein eichmeister sondern weil er ein unbegreiflich ehrlicher war jatlovka war untersetzt vier schrötig kräftig unbedenklich es wäre ihm keineswegs schwer gefallen den eichmeister und den gendarmen wenn sie zu ihm kamen um seine maße und gewichte zu prüfen hinauszuwerfen dies aber nicht zu tun gebot ihm sein sündhaftes gewissen vielmehr trat er dem eichmeister sehr freundlich entgegen den hass unterdrückend und ihn sogar zeitweilig ausschaltend man hätte dem laibusch jatlovka schwerlich so viel kunst der verstellung zugetraut bärenstark und vier schrötig wie einmal war die natur wollte es so dass er schlau sei und auch stark immer wenn der eichmeister eibenschütz das wirtshaus in swabi betrat gab es wurst und rettich und mett und schnaps und gesalzene erbsen der 90 gradige schnaps war gesetzlich verboten dennoch trank in der wachtmeister mit emsigen genuss franz lama der wachtmeister der gendarmerie wurde leider leicht besoffen es war im grunde gleichgültig ohnehin verstand er ja nichts von maßen und gewichten und selbst wenn er etwas davon verstanden hätte man konnte die falschen maße und gewichte bei laibusch jatlovka niemals zu sehen bekommen er ließ sie rechtzeitig verschwinden auf eine unfassbare weise erfuhr er immer von der ankunft des eichmeisters einen tag früher in jenen tagen gerade erfuhr der eichmeister eibenschütz eine seltsame veränderung im benehmen seiner frau regina die gab nicht nur ihre lust zu zwistigkeiten auf sie wurde zusehends zärtlicher er erschrak einigermaßen darüber denn wenn er sie auch immer noch liebte gewissermaßen weil sie bereits zu ihm gehörte und wie seinen neuen beruf an den er sich so schnell gewöhnt hatte so begehrte er sie doch längst nicht mehr zu deutlich hatte sie ihm und zu lange zeit gezeigt dass er ihr gleichgültig war und zuweilen sogar verhasst seit langem schon war er gewohnt in der nacht sofort einzuschlafen wenn sie in die hart aneinandergerückten betten stiegen und längst mehr hatte er keinen blick für ihren nackten körper wenn sie sich vor dem spiegel auszog vielleicht in der hoffnung er würde sie noch begehren manchmal fragte sie ihn nackt wie sie da stand ob er sie liebe sie meinte eigentlich ob er sich schön finde ja gewiss sagte er und ergab sich dem schlaf gleichsam um den gewissenswissen zu entgehen die ihm seine lüge noch hätte bereiten können deshalb überraschte ja erschreckte ihn die zärtlichkeit die plötzlich wieder erwachte seiner frau er schlief mit ihr wie in früheren jahren am morgen dann war seine unlust stark und er gab ihr fast mit widerwillen einen kuss bevor er fort ging sie stellte sich schlafend und er wusste genau dass es ein spiel war aber das spiel gehörte zu ihr und er liebte sie immer noch er sagte es ihr nicht vergeblich grübelte er darüber nach was sie wohl zu solch erneuter leidenschaft gebracht haben möchte eines tages sollte er die wahrheit erfahren achtes kapitel eines tages nämlich befand sich unter seinen vielen anonymen denunziationsbriefen ein ungewöhnlicher der folgendermaßen lautete geehrter herr eichmeister obwohl eines der opfer ihrer strenge und demzufolge in einen prozess verwickelt und das wegen eines einzigen zehn kilo gewichtes erlaube ich mir ihnen mitzuteilen dass ihre frau sie auf hinterhältige weise hintergeht und schändlich und zwar mit ihrem herrn schreiber herr josef nowak verehrungsvoll ergebenst xy anselm eibenschütz war ebenso langsam wie er redlich war zu oft hat er überdies erfahren dass viele denunziationen falsche angaben enthielten er steckte den brief in die tasche und ging nach hause zärtlich wie gewohnt seit einigen tagen empfing ihn seine frau sie hing sogar noch eine weile länger an seinem hals ich habe dich heute besonders sehnsüchtig erwartet sagte sie flüsternd arm in arm ging sie an den esstisch während des essens betrachtete er sie genau und er bemerkte was ihm offenbar bisher entgangen war dass sie einen ihm unbekannten ring am kleinen finger trug er nahm ihre linke hand und fragte woher hast du den ring von meinem vater sagte sie ich habe ihn nie getragen es war ein billiger ring ein männerring mit einem künstlichen safir er sagte weiter wozu hast du ihn plötzlich angezogen so damit er uns glück bringe sagte sie uns uns beiden bestätigte sie plötzlich sah er auch wie sie sich verändert hatte ein neuer großer schildpatt kam hielt ihren dichten schwarz-blau schimmernden haarknoten zusammen große goldene ohrringe die sie lange nicht mehr getragen hatte ohrringe an denen winzige feine gold plättchen hingen zitterten sacht an ihren ohrläppchen ihr dunkelbraunes angesicht hatte seine ganz jugendliche geradezu eine jungfräuliche rötliche tönung wiedergefunden eigentlich sah sie wieder aus wie einst wie als mädchen als er sie kennengelernt hatte in sarajevo wo sie im sommer bei ihrem onkel dem waffenmeister eingeladen war mitten in diese seine betrachtung den ohnehin schon erschreckten fiel ihr wort unmittelbar sozusagen ohne sinn und verstand es lautete ich möchte endlich ein kind haben von wem wollte er fragen denn er dachte natürlich sofort an den brief aber er sagte nur warum jetzt du hast dir nie eins gewünscht du hast immer gesagt eine tochter würde keine mitgift haben und ein sohn würde bestenfalls ein eichmeister werden müssen wie ich sie senkte die augen und sagte ich liebe dich so sehr er stand auf und küsste sie er ging ins amt es war ein ziemlich weiter weg und er erinnerte sich unterwegs oder er glaubte sich plötzlich erinnert zu haben dass er den ring mit dem künstlichen safir einmal lange war es hier an der hand des schreibers josef nowak gesehen hatte ihm dem eichmeister waren tückische und schlaue verhandlungen zuwider dennoch beschloss er jetzt tückisch und schlau vorzugehen der schreiber erhob sich wie gewohnt als der eichmeister eintrat mit ungewohnter freundlichkeit sagte der eichmeister guten tag lieber nowak nichts neues vorgefallen nichts neues sagte nowak und machte dabei einen bückling er blieb stehen bis sich eibenschütz gesetzt hatte eibenschütz las eine weile in den papieren dann sagte er mit einem blick auf die hände nowaks wo ist denn ihr ring mit dem safir geblieben herr nowak es war ein sehr schöner ring nowak schien nicht dem geringsten verlegen ich habe ihn versetzen müssen leider versetzen müssen warum geldschwierigkeiten fragte der eichmeister da verließ zum ersten mal die vorsicht den blonden und ehrgeizigen vertragsbeamten und er sagte wegen einer frauengeschichte jaja sagte der eichmeister als ich so alt war wie sie gab es auch noch frauensachen zum ersten mal sah der schreiber seinen vorgesetzten so freundlich aber er zweifelte nicht daran dass man ihn nicht ertappt hatte diesmal täuschte er sich denn mit der gründlichkeit die im eigen war und dient zu einem so ausgezeichneten prüfer der gewichte und der maße machte beschloss eibenschütz der sache genau nachzuspüren sein herz war nicht mehr daran beteiligt er hatte nur eine flüchtige vorstellung davon dass seine ehre beschädigt war aber auch diese vorstellung stammte lediglich aus der militärzeit her und aus der erinnerung an die ehrbegriffe seiner vorgesetzten der herren offiziere es war nur wie gesagt eine flüchtige vorstellung ihn den redlichen trieb es vor allem die ganze wahrheit zu erforschen man könnte sagen maß und gewicht der begebenheiten festzustellen und zu prüfen infolgedessen ginge auch ganz langsam und mit gesenktem haupt nach hause und wenn ihn die leute unterwegs grüßten tat er so als sehe er sie nicht aus angst sie könnten ihn etwa ansprechen und stören kurz bevor er sein haus erreichte hatte bereits einen ganz bestimmten sehr methodischen plan und so wie er nun einmal war stand es fest dass er genau nach den plänen handeln musste die er sich zurecht gelegt hatte neuntes kapitel eine woche später bemerkte er dass seine frau den ring mit dem falschen safir nicht mehr trug er sagte seiner frau gar nichts eine woche lang schwieg er gegen seine frau und gegen den josef nowak dann aber sagt er unvermittelt zu diesen haben sie den ring eingelöst ja antwortete der schreiber er heuchelte frohe genugtuung sie brauchten sich nicht zu schämen sagte einem schütz ich täte ihnen gern das geld vorstrecken offen gestanden murmelte der schreiber und er spielt jetzt verwirrung wie vorher freudigkeit aber mit vergnügen mit wonne sagte der eichmeister er gab dem jungen mann ein hartes fünf kronen stück nachlässig wie etwa einen bleistift oder eine zigarette dann hub er leutselig an unter uns männern herr nowak sagen sie wo treffen sie denn in solch einem kleinen städtchen die dame das muss man doch sehen erheitert und aufgefrischt durch so viel freundlichkeit seines vorgesetzten erhob sich der vertragsbeamte vom stuhl vor ihm saß eibenschütz nicht unähnlich einem schüler es war spätherbst und später nachmittag zwei errarische petrolium lampen gestellt von der bezirkshauptmannschaft brannten milde unter ihren grünen gütigen schirmen sehen sie herr eichmeister begann der schreiber im frühling und im sommer ist es sehr leicht man trifft sich da im grenzwald ach wenn ich ihnen erzählen wollte herr eichmeister mit welchen frauen ich da zusammengekommen bin aber sie wissen dass nirgends so sehr schweigen geboten ist wie in diesen affären im herbst und im winter ist es schwieriger aus dienstlichen gründen im ganzen bezirk ist nur die grenz schenke des wilden leihbusch als aufenthaltsstätte für liebende geeignet und sie wissen selbst herr eichmeister dass er ein sehr gefährlicher mann ist und dass ich sie oft dort vertreten muss das amtsgewissen vor allem das amtsgewissen geht voran das ist sehr brav sagte der eichmeister eigenschütz und er vergrub sich in seinen dienstlichen papieren am abend um sechs uhr als der dienst zu ende war sagte der eichmeister zu seinem schreiber sie können gehen und viel glück bei den damen der schreiber machte eine verbeugung die beinahe wie der knicks eines kleinen schulmädchens aussah und verschwand der eichmeister aber blieb noch länger sitzen allein mit den zwei grün beschirmten lampen es schien ihm als könnte er mit ihnen sprechen wie menschen waren sie eine art lebendiger milder leuchtender menschen er hielt eine stille zwiesprache mit ihnen halte deinen plan ein sagten sie ihm grün und gütig wie sie waren glaubt ihr wirklich fragte er wieder ja wir glauben es sagten die lampen der eichmeister eigenschütz pustete sie aus und ging nach hause er ging durch einen spätherbstlichen kalten regen der ihn noch einsamer machte als er war in ein haus in dem ihn eine lüge erwartete die noch düsterer war als dieser abend als dieser regen als er ankam war zum ersten mal sein haus finster er schloss die tür auf er setzte sich auf das giftgrüne plüschsofa im sogenannten salon und wartete im dunkeln in diese gegend kam keine zeitungen von gestern und vorgestern sondern zeitungen die mindestens eine woche alt waren eibenschütz kaufte sie niemals die vorgänge in der welt ging ihnen gar nichts an das dienstmädchen hatte ihn kommen hören jadwiga hieß sie sie kam herein breit selbstgefällig und mütterlich in das dunkel des zimmers sie berichtete ihm während sie die tischlampe entzündete gegen seinen willen aber er war zu müde um es ihr zu verbieten dass die frau einkaufen gegangen war und bald zurückkommen würde und sie hätte auch hinterlassen er möchte geduldig warten er trete den dort der lampe ab so klein dass es beinahe im zimmer aussah wie finsternis er dachte an seinen plan als seine frau zurückkam erhob er sich küsste sie und sagte ihr er wäre sehr unruhig gewesen weil er sie so lange erwartet hatte sie hatte pakete in beiden armen sie legte sie ab sie setzen sich beide an den tisch sie aßen in einer scheinbar freundlichen und friedlichen gemeinschaft der frau regina erschien es wenigstens also sie benahm sich gefällig diensteifrig sogar von zeit zu zeit lächelte sie ihren mann zu er bemerkte dass sie wieder ihren ring mit dem falschen safir am finger hatte du hast deinen ring wieder sagte der eichmeister das freut mich ich glaube sagte die frau regina und beugte sich über den teller ich kriege endlich ein kind endlich fragte der eichmeister eigenschutz du wolltest es ja nie weshalb jetzt gerade jetzt sagte sie und schelte dabei sehr vorsichtig eine orange ich habe heute begann er während sie noch den kopf über messer und frucht gesenkt hielt mit meinem schreiber dem josef nowak gesprochen er ist ein schützenjäger bekannt im ganzen bezirk er behauptet er hätte im frühling und im sommer viele frauen hier gehabt im grenzwald natürlich sagt er nicht welche im herbst und im winter sagt er sei es gefährlich für ihn das gasthaus jatlovkas aufzusuchen weil er mich amtlich dort oft vertritt die frau aß gerade ihr letztes viertel orange sie erhob ihren blick nicht sie sagte schrecklich die frauen in dieser gegend er schenkt allen ringe erwiderte der eichmeister sie ließ das letzte stück orange fallen und sah auf ihrem ring am linken zeigefinger es entstand ein langes schweigen dieser ring stammt von josef nowak sagte plötzlich der eichmeister ich kenne ihn ich habe ihn an seiner hand gesehen auf einmal begann die frau regina heftig zu weinen sie streifte dabei mitten im schluchzen den ring vom finger ab und legte ihn vor sich auf den tisch und sagte du weißt also alles ja sagte er du bist von ihm schwanger ich werde meine maßregeln treffen er stand sofort auf zog den mantel an und ging hinaus er spannte das wägelchen ein und vorlos nach zwabi zu jatlovka zehntes kapitel es war spät nachts als er dort ankam und man verwunderte sich nicht wenig darüber denn noch nie hatte der jatlovka den albenschutz später als am nachmittag gesehen auch war niemals noch der eichmeister so aufgeräumt und deshalb so absonderlich erschien welche ehre rief jatlovka aus und er tänzelte trotz seinem ziemlichen gewicht hinter der theke hervor welche ehre zwei taugenichte die an einem tisch in der ecke saßen jagte jatlovka davon erbreitete ein rotblau geblümtes tuch über das tischchen und rief ohne den eichmeister nach seinen wünschen zu fragen zur theke hinüber matt ein viertel ein teller erbsen es herrschte ein großer lärm in der grenz schenke jatlovkas russische deserteure saßen da eben erst von dem grenz schmuggler kapturak angebracht sie steckten noch in ihren uniformen obwohl sie ungeheuerliche mengen tee und schnapps tranken und große handtücher um die schultern gehängt bekommen hatten um sich den schweiß abzuwischen machten sie dennoch den eindruck von frierenden so heimatlos fühlten sie sich bereits kaum eine stunde entfernt von der grenze ihrer heimat der kleine kapturak man nannte ihn den kommissionär betreute sie mit alkohol er bekam von jatlovka 25 prozent von jedem russischen deserteur die unverhoffte ankunft des eichmeisters stürte den wird jatlovka gaseer er hatte eigentlich die absicht gehabt den deserteuren die doch den wunsch hatten ihre russischen uniformen zu wechseln stoffe und anzüge anzubieten für deren verkauf er keine lizenz hatte einerseits ärgert ihn also die anwesenheit des eichmeisters andererseits aber freute sie ihn endlich hatte er ihn den streng in der nacht bei sich und die nacht war die große freundin des laibus jatlovka er rief seine kleine freundin herunter seit langen jahren lebte er mit ihr es hieß auch sie käme aus russland aus odessa und sie hätte teil gehabt an mehreren missetaten jatlovkas ihrer sprache ihrem wesen und ihrem aussehen nach stammte sie ebenfalls aus der südlichen ukraine schwarz wild und sanft zugleich sah sie aus jung war sie das heißt eigentlich ohne irgendein alter in wirklichkeit was aber niemand in der gegend wissen konnte was sie eine zigeunerin und stammte aus jaslo war in bessarabien jatlovka hatte sie eines nachts aufgetrieben und behalten eifersüchtig war zwar von natur aber der liebe der schwarzen sicher und allzu sicher auch seine eigenen gewalt über frauen und männer viele menschen gehorchten ihm in dieser gegend diesseits und jenseits der grenze kapturak sogar der allmächtige kommissionär der die männer verkaufte wie rindvieh an die reisegesellschaften für auswanderer nach kanada java jamaika porto rico australien gar auch kapturak gehorchte dem jatlovka gekauft hat er die meisten beamten die ihm jemals hätten schaden können erworben hat er lediglich noch nicht den eichmeister eibenschutz deshalb auch führte er seit eibenschutz ankunft einen kampf gegen ihn nach der meinung jatlovkas hatte jeder mensch nicht nur eine schwache sondern auch eine verbrecherische stelle er konnte überhaupt nicht glauben und wie hätte er auch anders leben können dass irgendein mensch in der welt anders dachte und empfand als er jatlovka er war überzeugt dass alle menschen die ehrlich lebten verlogen waren und er hielt sie für komödianten die hervorragendsten komödianten waren die beamten dann kamen die gewöhnlichen anständigen menschen die ohne amt ihnen allen gegenüber musste man komödie und anständigkeit spielen so hielt es jatlovka mit aller welt so hielt er es besonders und mit einer ganz besonderen anstrengung mit dem eichmeister eibenschutz elftes kapitel die frau kam die treppe über die sie hinunterstieg lief seitwärts neben der theke sie bahnte sich einen weg durch das lärmende gewimmel der deserteure das heißt der weg bahnte sich eigentlich vor er selbst am äußersten ende des schankraums neben dem fenster der treppe gegenüber saß der eichmeister eibenschutz er erblickte die frau als sie auf der ersten stufe der treppe stand und sofort wusste er sie würde zu ihm kommen er hatte sie nie gesehen im ersten augenblick schon da er sie auf der obersten treppenstufe gesehen hatte verspürte er eine trockenheit in der kehle dermaßen dass er nach dem glas mädt griff und es in einem zuge austrank es dauerte ein paar minuten bevor die frau an seinen tisch gelangte die betrunkenen deserteure wichen vor ihrem zarten schritt auseinander dünn schlank schmal einen zarten weißen schal um die schultern den sie mit den händen festhielt als ob sie fröre und als ob dieser schal sie wärmen könnte ging sie sicher mit wiegenden hüften und straffen schultern ihre schritte waren fest und zierlich man hörte das leise aufschlagen ihrer hohen stöckel einen augenblick lang während die lärmenden männer verstummten und die frau anstarten ihr blick war gleich von der obersten stufe an auf den eichmeister eibenschütz gerichtet als schritte ihr auge ihren füßen voraus als sie auf ihn zutrat war es ihm als er führe er zum ersten mal was ein weib sei ihre tiefblauen augen erinnerten ihn der niemals das meer gesehen hatte an das meer ihr weißes angesicht erweckte in ihm der den schnee sehr gut kannte die vorstellung von irgendeinem fantastischen unirdischen schnee und ihr dunkelblaues schwarzes haar ließ ihn an südliche nächte denken die er niemals gesehen von denen er vielleicht einmal gelesen oder gehört hatte als es sich ihm gegenüber niedersetzte war es ihm als erlebte er ein großes wunder als setzte sich das unbekannte meer ein merkwürdiger schnee eine seltsame nacht an seinen tisch er erhob sich nicht einmal er wusste wohl dass man vor frauen aufsteht aber er erhob sich nicht vor einem wunder dennoch wusste er dass dieses wunder ein mensch war eine frau und er wusste auch dass es die freundin des laibus jatlovka war natürlich hatte auch eibenschutz alle geschichten von der freundin jatlovkas gehört er hatte nie in seinem leben eine bestimmte vorstellung von dem gehabt was man die sünde nennt aber jetzt glaubte er wüsste wie die sünde aussehe so sah sie aus genauso wie die freundin jatlovkas die zigeunerin euphemia nikitsch euphemia nikitsch sagte sie einfach und setzte sich und spreizte ihren vielfach gefälteten rock er knisterte leise und eindringlich durch den lärm der deserteure sie trinken nichts fragte sie obwohl sie das frisch gelehrte mitglas vor anselm eibenschutz stehen sah er hörte gar nicht ihre frage er starte sie an mit großen offenen augen und dachte dass er eigentlich zum ersten mal die augen wirklich geöffnet hatte sie trinken nichts fragte sie noch einmal aber es war jetzt als wüsste sie schon dass eibenschutz keine antwort geben könne deshalb schnallte sie kräftig und knallend mit den fingern onufri kam der hausknecht sie befahl eine flasche er brachte eine flasche 90 gradigen und eine neue schüssel trockener erbsen der eichmeister eibenschutz trank aber nicht weil es ihm danach gelüstete keineswegs er trank nur weil er seit den paar minuten in denen die frau da saß vergeblich nach einem passenden wort suchte und weil er hoffte das wort würde ihm kommen wenn er nur tränke er trank also und es brannte gewaltig in seiner kehle und er aß daraufhin noch die gesalzenen erbsen die das brennen noch verstärkten vor ihm saß indessen die frau unbeweglich mit den schlanken dunkelbraunen fingern von denen jeder einzelne aussah wie eine winzige schlanke rosenköpfige leicht gebrechliche und dennoch kräftige frau umklammerte sie das gläschen auch ihre augen waren nicht auf den eichmeister eibenschutz gerichtet sondern auf den wasserklaren schnaps eibenschutz sah ihre langen aufwärts gebogenen seiden schwarzen wimpern die schwärzer waren als das kleid der frau ich habe sie noch nie hier gesehen sagte er auf einmal und er wurde rot dabei und er zwirbelte mit beiden händen den schnurrbart als könnte er auf diese weise seine plötzliche lächerliche röte verbergen ich sie auch nicht sagte sie und es war wie die stimme einer nachtigall in jungen jahren in den wäldern rings um nikolsburg hatte er sie manchmal gehört kommen sie denn oft hierher manchmal im dienst sagte er und hörte nicht auf seinen weichen schnurrbart zu zwirbeln er konnte einfach nicht mehr die hände vom gesicht wegnehmen im dienst flötete sie was für ein dienst er ließ die hände fallen ich bin eichmeister sagte er ernst ach so sagte sie lehrte ihr glas stand auf nickte und ging wieder die treppe im pur der eichmeister eibenschutz sei nach dem gefälteten rock der auf jedem treppenabsatz ein zartes sachtes rad zu schlagen schien und den schmalen schuhen die darunter erschienen längst schon schnarchten die deserteure einige hatten ihre köpfe auf die harten tische gelegt andere lagen wie pralle atmende säcke unter den tischen alle schnarchten laut und etwas grausam er ging zur theke er wollte bezahlen hinter der theke stand laibusch jadlovka und er sagte so thront und so freundlich herr eichmeister heute sind sie mein gast sie zahlen gar nichts das zum ersten mal in seinem leben den früheren feuerwerker eibenschütz der mut verließ und dass er nur gute nacht sagte nach hause ging er sehr langsam er vergaß dass es ein wegelchen vor dem wirtshaus stehen gelassen hatte dennoch folgte ihm das pferd gehorsam wie ein hund und zog das gefährt hinter sich her es war schon heller morgen als er ankam das behäbige dienstmädchen stellte ihm tee und brot auf den tisch er schob alles weg er hörte die schritte seiner frau guten morgen sagte sie sie trat auf ihn zu sie machte anstalten ihn zu umarmen er erhob sich sofort du schläfst von nun ab in der küche sagte er oder du wirst das haus verlassen er schwieg eine weile dann sagte er wenn dein bett heute nacht nicht in der küche steht schläfst du morgen nacht bei nowak oder draußen er erinnerte sich plötzlich an seinen wagen an sein pferd gehorsam warteten sie vor dem gitter des kleinen gartens längst war es schon wacher tag er fuhr zum amt die bezirkshauptmannschaft und er schrieb mit eigener hand sehr langsam mit doppelrand in der klaren kindlich-kalligrafischen schrift eines kaiser königlichen feuerwerkes ein gesuch an die gemeinde sie möchte den schreiber josef nowak einer nachbargemeinde abgeben er sei mit ihm nicht zufrieden er wünsche einen anderen es macht ihm einige pein einer gemeinde ein schreiben zu schicken er war immerhin zwölf jahre feuerwerker gewesen und er hätte ein anrecht auf einen richtigen auf einen echten staatsbeamten posten gehabt dank seiner frau aber hatte er diesen gewählt er war eigentlich ein gemeindebeamter den allerdings der staat bezahlte in dieser stunde tat es ihm besonders weh dass er nicht unmittelbar dem staat unterstellt war er war etwa eine stunde vor dem dienst gekommen als der schreiber nowak eintrat sagte ihm der eichmeister sie werden diesen posten verlassen ich bin mit ihnen unzufrieden ich habe ihre entlassung oder ihre versetzung soeben beantragt der junge ehrgeizige mann sagte nur das eine wort aber schweigen sie rief eibenschütz wer der einst auf dem exerzierplatz geschrien hatte als er noch feuerwerker gewesen war er tat so als vertiefte er sich in akten in wirklichkeit aber dachte er über sein leben nach nowak gut so dachte er der wird also verschwinden mit meiner frau habe ich nichts mehr zu tun sie wird in der küche schlafen hinauswerfen werde ich sie nicht ich liebe keine skandale und was noch und was noch ich will nicht mehr zu jatlovka gehen außer dienst versteht sich und wenn ich einmal außer dienst hingehe dann nur mit dem wachtmeister slama nein außer dienst werde ich nicht mehr hingehen dabei bleibt es zwölftes kapitel dabei blieb es nicht zwar wurde der schreiber nowak nach port gurze versetzt zwar schlief neben dem dienstmädchen in der küche die frau eibenschütz aber die dienstlichen besuche in der grenz schenke in begleitung des wachtmeisters slama allerdings mehrten sich auffallend der winter kam und es war ein unerbitterlicher winter die spatzen fielen von den dächern überreifen früchten ähnlich die im frühherbst von den bäumen fallen sogar die raben und krähen schienen zu frieren so dicht beieinander hielten sie sich auf den dürren zweigen das thermometer zeigte an manchen tagen 32 grad in solch einem winter fällt es einem menschen einfach schwer ohne heim zu sein allein im großen frost stand der eichmeister wieder einsam kahle und frierende baum im hof der bezirkshauptmannschaft vor dem fenster des amtszimmers es war ein neuer schreiber gekommen ein träger dicker und gutmütiger jüngling der sehr langsam arbeitete aber behaglichkeit verbreitete am behaglichsten weiß überhaupt im amtszimmer das ofentürchen strahlte rötliches licht aus die beiden lampen grünes die papiere sogar raschelten vertraulich aber was dann wenn der eichmeister eibenschütz das amt verlässt in seinem kurzen schafspelz mit hoch aufgeschlagenen persianerkragen in den hohen kniestiefeln steht er da neben einer der zwei laternen die vor der bezirkshauptmannschaft brennen sie brennen sehr ärmlich und gelb die nachtlämpchen dem leuchtenden schnee im park gegenüber lange zeit steht der eichmeister eibenschütz so da und überlegt er überlegt wie es jetzt aussehen wird wenn er nach hause kommt der ofen ist geheizt der tisch gedeckt der rundbrenner leuchtet auf der ofenbank hockt die gelbe katze verweint und finster geht die frau sofort bei der ankunft des mannes in die küche das dienstmädchen auch diese finster und verweint denn sie teilt tränen und klagen mit der hausfrau schnäuzt sich mit dem schürzenzipfel mit der linken hand stellt sie den teller vor herrn eibenschütz nicht einmal die katze kommt heran wie einstmals um sich streichern zu lassen auch sie hegt feindschaft gegen eibenschütz aus ihren gelben augen leuchtet der hass trotz alledem beschließt der eichmeister nach hause zu gehen er stampft entschlossen mit den schweren stiefeln durch den knirschenden schnee durch die tote nacht die von unten her vom schnee erhellt wird kein lebendiges wesen wahrzunehmen man hat nichts zu befürchten man braucht sich nicht zu schämen wenn man gelegentlich eine kleine weile vor einem der häuschen stehen bleibt und durch die ritzen der fensterläden in die fremden wohnungen hinein lugt es ist noch früh am abend oft sitzen die glücklichen leute noch zusammen manchmal spielen sie domino väter mütter brüder schwestern kinder und kindeskinder gibt es in den häusern sie essen sie lachen manchmal weint ein kind aber auch weinen macht selig ohne zweifel manchmal bellt ein hund aus dem hof denn er wittert den späenden eibenschütz auch dieses kläffen hat noch etwas heimliches liebliches beinahe eibenschütz kennt nun schon alle familien des städtchens und wie sie leben er bildet sich gelegentlich ein es sei für ein eichmeister gut nützlich ja sogar erforderlich etwas näheres über die kaufleute zu erfahren personalkenntnisse nennt er das nun geht er weiter jetzt ist er vor dem haus sein schimmel hört ihn kommen und wird freundlich ein liebestier der eichmeister kann sich nicht halten er geht in den stall er will den schimmel nur streicheln er denkt an die glückliche zeit beim militär an all die pferde rückwärts im hintergebäude der kasernen er erinnert sich noch an alle namen und auch an ihre gesichter jakob hat er seinen schimmel genannt jakob ruft er leise als er in den stall kommt der schimmel hebt den kopf er stampft zwei dreimal mit dem rechten hof auf das feuchte stroh eibenschütz geht heran eigentlich nur um ihm gute nacht zu sagen aber plötzlich kehrt er um sagt wie zu einem menschen einen moment bitte und geht in den schuppen und holt den schlitten und führt das pferd hinaus und schnallt mit zitternden und dennoch sicheren fingern das riemen zeug um und die warme wollhaar decke rollt er um den leib des tieres und bindet sie fest er spannt den schimmel vor den schlitten er schnallt die glocke um den heiß des pferdes er setzt sich hin er nimmt die zügel in die hand und sagt jakob noch einen hastigen gehässigen blick wirft er auf die erleuchteten fenster seiner wohnung wie sehr hast er die drei frauen die ihn drinnen erwarten die frau zuerst das dienstmädchen zunächst und schließlich die katze jakob sagt er und der schlitten gleitet auf seinen zuerst knirschenden dann sanft und sanfte und lautlos werden kufen dahin zum tor hinaus der schimmel weiß wohin der frost saust um das gesicht des eichmeisters der frost ist ein stummer sturm und die nacht ist klar als wäre sie aus glas aus kristall gar die sterne sieht man nicht denn man achtet wohl auf den weg aber man fühlt sie hart und klar als wären auch sie alle aus eis über dem kopf man fühlt sie so sehr dass man sie beinahe sieht obwohl man auf den weg achten muss man saust dahin wohin saust man so mit dem schimmel jakob er weiß den weg allein er galoppiert nach swabi und wohin in swabi in die grenz schenke jatlovkas es ist als hätte er auch sehnsucht wie sein herr nach der zigeunerin euphemia nikitsch 13 des kapitel in der grenz schenke jatlovkas weiß warm und gut und fröhlich man trank man spielte karten man rauchte der rauch stand über den häuptern der männer es waren keine frauen vorhanden und das war gut der eichmeister eibenschutz hätte schwer die anwesenheit einer frau vertragen können es sei denn die der euphemia nikitsch aber sie zeigte sich nicht eibenschutz wusste gar nicht dass er hierher gekommen war sie zu sehen erst als er platz genommen und einen schluck getan hatte glaubte er zu wissen dass er eigentlich hierher gekommen war um die frau wieder zu sehen gelegentlich kam laibusch jatlovka an seinen tisch und setzte sich für eine weile hin flüchtig wie sich eine biene auf honig setzt ein schmetterling auf plom je ernster der eichmeister eibenschutz wurde und er wurde immer ernster je mehr er trank desto heiterer erschien ihm jatlovka heiterer erschien er ihm und gehässiger er wusste wohl der eichmeister eibenschutz dass die meisten denunziationsbriefe von der hand jatlovkas stammten sehr wahrscheinlich war es dass jatlovka die aufmerksamkeit des eichmeisters von sich ab und auf andere lenken wollte er wusste dass er glaubte es zu wissen der eibenschutz dennoch ertrug er die süßliche freundlichkeit des gastwirtes mit unerschütterlicher geduld und sogar mit einer andächtigen sanftmut er sah das widerliche breite stets grinsende angesicht jatlovkas an ein spitzes rotblondes bärtchen zierte es man kann sagen zieren nichts hätte es entstellen können es war blass von einer wechselnden blässe zwei winzige grünliche äuglein glomm darin wie lichter die bereits erloschen sind und dennoch immer noch lichter den sternen ähnlich von denen die astronomen wissen dass sie seit jahrtausenden bereits erstorben sind und die wir trotzdem immer noch leuchten sehen das einzige lebendige war noch der rote spitzbad er sah aus wie ein dreieckiges feuerchen das etwa überraschenderweise einer längst tot geglaubten erloschen geglaubten materie entspringt gehorsamst der eichmeister sagte laibusch immer wieder so oft er an den tisch herankam es war als wollte er immer wieder im laufe eines einzigen abends den eichmeister zum ersten mal gesehen haben eibenschutz ahnte in diesem verfahren eine gewisse ironie eine gewisse ironie mochte eibenschutz auch aus der tatsache ersehen dass jahrtaus kann niemals an seinen tisch kam ohne eine volle flasche in der hand zu haben nun das konnte noch zu den vorschriftsmäßigen abzeichen eines wirtes gehören aber wenn jahrtaus von dem eibenschutz genau wusste dass er falsche gewichte hatte noch fragte wie geht es ihrer gnädigen frau so glaubte der eibenschutz es nicht mehr ertragen zu können und um es ertragen zu können bestellte er mehr schnaps er trank er trank bis zum morgengrauen längst schon schnarchten schwer und fürchterlich die deserteure unter den tischen und auf den tischen der morgen graute zwar noch nicht aber er war schon zu ahnen was sich der eibenschutz erhob und nur fri gab ihm das geleit immer in dem augenblick in dem er den schlitten bestieg fühlte er sich erleichtert und bedrückt wenn er die stadtgrenze von slotto grott erreichte graute schon der winterliche morgen eibenschutz kehrte nicht nach hause zurück er kehrte bei dem barbier leider ein und er ließ sich rasieren und den kopf kalt waschen er ging dann in das einzige kaffeehaus der stadt slotto grott es nannte sich bristol er trank einen kaffee und aß zwei kipfel die so frisch waren dass sie noch nach dem bäcker rochen hierauf fuhr er ins amt saß stumpf vor dem leeren tisch auf dem begreiflicherweise noch keine post liegen konnte und erwartete den trägen fetten schreiber mit ungeduld er ging hinaus und wusch sich sowie er war in pelz und stiefeln gesicht und hände unter der fürchterlich kalten pumpe die im hof der bezirkshauptmannschaft dastand den pferden der berittenen johnner marie zu dienen an solchen morgen dachte der eichmeister gar nichts oder nur sehr wenig er dachte daran dass es acht uhr vom kirchturm schlagen und dass der neue schreiber so bald wie möglich kommen müsste als es endlich acht uhr vom kirchturm schlug gegen eigenschutz noch hinaus einen rundgang durch die stadt machen der rundgang konnte nicht lange dauern die stadt war winzig er wollte nur nicht vor dem schreiber da gewesen sein auch dachte er daran dass ihm eine rundfahrt durch die stadt und durch den frost nicht nur das aussehen sondern auch das gefühl eines menschen geben könnte der normalen verhältnissen die nacht durch geschlafen hatte er fuhr also los mit dem schlitten durch den morgendlich knirschenden schnee er kehrte zurück er führte den jakob und den schlitten zuerst nach hause dann ging er nicht ohne einen gehässigen blick gegen die noch geschlossenen fensterläden seines hauses zu werfen zu fuß ins amt vierzehntes kapitel auch im amt noch konnte er sich nicht enthalten an die freundin jatlovkas zu denken an die zigeunerin euphemia nikitsch auf eine seltsame weise vermischte sich in ihm der berufliche und menschliche ekel vor dem gast wird jatlovka mit der schönen sehnsucht nach der frau euphemia er wusste selbst nicht der arme eichmeister was ihm da geschah es beunruhigte ja es erschütterte sein gewissen dass er dermaßen ständig dermaßen unerbittlich dermaßen gleichmäßig an die gesetzlichen verfehlungen jatlovkas denken musste wie an die schönheit euphemias gleichermaßen dachte er an beides und auch gleichzeitig eins ging nicht ohne das andere auch dieser harte winter ging vorüber und es kam eine nacht da krachte das eis wieder über dem fluss strominka und genau wie im ersten jahr als er angekommen war aber nunmehr wie ihm selber schien sehr gealtert und vollkommen verwandelt erlebte er in einer nacht im märz das krachen des eises über dem fluss und die aufregung der einwohner diesmal aber bedeutete ihm der einbruch des frühlings etwas anderes er kam sich sehr gealtert vor während er so das jahr und die welt neu werden sah und keinerlei hoffnung erwachte in seinem herzen wie damals im ersten jahr seiner ankunft auch heute noch wie im ersten jahr seiner ankunft standen die leute da an beiden ufern des flusses mit fackeln und mit laternen und sich sprangen plötzlich auf die treibenden eisschollen und sie hüpften wieder ans ufer es war frühling frühling war es der eichmeister eibenschütz aber ging trostlos nach hause was bedeutete ihm schon der frühling was bedeutete ihm schon der frühling drei tage später kam seine frau nieder in der küche es war eine leichte geburt kaum war die hebamme gerufen worden und schon war er da der sohn des josef nowak der eichmeister eibenschütz dachte dass nur bastarde so schnell und leicht zur welt kommen die nacht in der ihm der sohn des josef nowak geboren wurde verbrachte der eichmeister in der schenke jad lofkas an diesem abend erschien auch wieder an seinem tisch die frau jad lofkas wie beim ersten mal sagte euphemia sie trinken nichts wenn sie wollen dass ich trinke so trinke ich antwortete er sie schnallte mit den fingern und der diener onufri kam und schüttete das glas des eichmeisters voll auch sie verlangte nach einem glas man brachte es ihr sie drang den 90 gredigen in einem zug aus sie näherte ihr angesicht dem eichmeister und ihm war es als seien ihre ohren mit den großen leise klirrenden ohrring ihm beinahe näher als ihre hellen augen er sah sehr wohl ihr schneeweißes gesicht aber wache noch als sein auge was ein ohr er vernahm ganz deutlich das ganz leise klingeln das von dem sachten anschlag der goldenen münze an dem ohrring her kam sobald die frau eine bewegung machte er dachte dabei dass ihre finger hart und stark und braun waren seltsamerweise wusste er nicht mehr weshalb er an ihre finger denken musste die weil er ihre ohren ansah und das klingeln der kleinen goldmünzen vernahm für die dauer eines augenblicks setzte sich auch laibosch jatlovka an den tisch aber es dauerte nicht länger als eben ein schmetterling auf einer blume sitzt im nächsten moment war er weg euphemia beugte sich zu eibenschutz hinüber und flüsterte ich liebe ihn nicht ich hasse ihn hierauf lehnte sie sich zurück und nippte an ihrem glase und an ihren ohrläppchen klingelte es süß und sagte eibenschutz konnte es nicht mehr aushalten er winkte dem schankdiener onufri und zahlte und bestieg seinen schlitten und fuhr nach hause er erinnerte sich nicht mehr ob er der frau euphemia gute nacht gesagt hatte oder nicht es erschien ihm plötzlich sehr wichtig der schnee war noch sehr hart und der kleine schlitten flog dahin wie mitten im winter aber von oben her wehte es schon milde und fast schon österlich herunter und blickte man zum himmel empor so sah man dass die sterne nicht mehr so kalt und strenge da standen es war als hätten sie sich die erde ein wenig mehr genährt auch ein sehr gütiger kaum spürbarer wind gab sich zu erkennen es gab schon eine ganz gewisse herbe süße in der luft der schimmel raste dahin wie noch nie und dabei hatte eibenschutz kaum die zügel gestrafft der schimmel war von zeit zu zeit den kopf hoch wie um zu sehen ob die sterne schon der erde näher gekommen wären auch er fühlte dass der frühling nahe war besonders aber fühlte ist der eichmeister anselm eibenschütz während er seinem tristen heim entgegen glitt durch den glatten schnee unter den milden himmel dachte er daran dass ihn zu hause ein bastard erwartete auch darüber war er im grunde sehr froh denn noch stärker dachte er an das wort das ihm euphemia gesagt hatte ich liebe ihn nicht ich hasse ihn er hörte das klingeln ihrer ohrringe fünfzehntes kapitel zu hause schrie der säugling was ein wunder säuglinge schreien sie wissen nicht ob sie bastarde sind oder nicht sie haben ein recht zu wimmern und zu schreien übrigens übertönten den eibenschütz ohren die leise klingelnden ohrringe der euphemia auch das laute schreien des säuglings eibenschütz dachte gar nicht mehr an seine frau und an das kind des josef nowak also sein haus betrat dachte der eichmeister nur daran dass er der hebamme nicht begegnen dürfte dies allein war seine sorge aber es gelang ihm keineswegs sie hatte gehört und gesehen wie er ankam und sie ging ihm entgegen mit der beruflichen fröhlichkeit die ihr eigen war und berichtete ihm alles was er nicht zu wissen wünschte dass der junge prächtig sei und dass ich die mutter wohl befinde eibenschütz dankte ihr gehässig immer noch klingelten in seine erinnerung und in seinem herzen die goldenen münzen an den goldenen ohrring er fühlte sich sehr unsicher sehr unsicher fühlte er sich zuweilen war es ihm als sei er kein mensch mehr sondern ein haus und er wäre imstande seinen nahen einsturz voraus zu ahnen als wäre er ein haus oder eine mauer es barst und bröckelte in ihm und er fühlte kaum noch den boden unter seinen füßen er selbst schwankte das ganze haus schwankte es schwankte auch der sessel auf den er sich setzte um sein frühstück einzunehmen der hebamme wegen ging er jetzt hinein in das schlafzimmer in dem seine frau regina seit ihrer niederkunft wieder untergebracht war skandale wollte er nicht der hebamme wegen er sagte zu seiner frau flüchtig und gehässig guten morgen und betrachtete den säugling josef nowax den ihm die hebamme mit beruflichem diensteifer entgegen streckte der säugling wimmerte er auch zudringlich nach muttermilch und urin eibenschutz dankte gott dass es nicht sein eigener sohn war er empfand ein wenig schadenfreude darüber dass es der sohn des verhassten josef nowak war aber lauter noch als die schadenfreude tönten in seinem herzen die klingelnden ohrringe am nachmittag hatte er eine dienstfahrt mit dem wachtmeister slama zu unternehmen nach slotki sie langweilte ihn diese dienstfahrt warum ging es nicht nach swabi es klingelten sachte die ohrringe der euphemia der wachtmeister slama kam ihn abzuholen man spannte den schimmel vor das wegelchen es war april kurz nach ostern der himmel mit seinen zartweißen wölkchen und seinem hellen blau war jugendlich das windchen das dem eichmeister entgegen wehte war geradezu neckisch und ausgelassen die felder zu beiden seiten der landstraße begannen eben fröhlich zu grünen und die schneereste in den gräben waren grau wie asche heute oder morgen kommen die schwalben sagte der wachtmeister der gendarmerie franz slama es kam dem eichmeister eibenschutz seltsam aber auch anmutig vor dass der wachtmeister trotz der pickelhaube auf dem haupt trotzdem gewehr mit dem aufgepflanzten bayonet zwischen den knien von den schwalben sprach so spät kommen sie hierher ja sagte der wachtmeister slama es ist ein weiter weg hierher und sie schwiegen und das wägelchen rollte und das windchen wehte und über der welt wölbte sich der jugendliche himmel mit seinen zartblauen wölkchen es war freitag ein tag den der eichmeister nicht liebte nicht aus aber glauben sondern weil es im ganzen bezirk in der gegend überhaupt ein markttag war da gab es viel zu tun nicht in den läden sondern auf den offenen märkten die kunden liefen einfach weg wenn sie gendarmen und beamte kommen sahen es entstand auch diesmal ein großer schrecken auf dem marktplatz von slot key als das gelbe wegelchen am grenzrand des marktfleckens erschien schrie jemand ein junge den man als posten aufgestellt hatte sie kommen sie kommen die weiber ließen die fische die sie eben hatten kaufen wollen wieder in die bottiche fallen die frisch geschlachteten noch blutenden hühner fielen mit hartem schlag auf die tische der verkaufsstände zurück das noch lebende geflüge selbst schien zu erschrecken hühner gänse enten und puten rannten zappelnd grähen schnatternd schwerfällig und hastig die flügel schlagend durch die breite kotige fahrbahn an deren beiden seiten die verkaufsstände aufgestellt waren während die käufer die doch gar keinen anlass hatten vor der behörde zu fliehen es lediglich aus torheit taten aus hass und misstrauen und aus unbestimmter furcht überlegten die händler die ihre standplätze nicht verlassen durften weil sie sich ja sonst erst recht verdächtig gemacht hätten was zu unternehmen sei zuerst schmissen sie ihre gewichte in die straßen mitte in den silbergrauen schlamm es sah fast aus wie eine schlacht und als bekämpften sie sich zu beiden seiten der marktgasse mit ihren schweren gewichten als der einzige unter den händlern benahm sich kalbblütig nur der laibusch jadlofka er hatte zwar keine konzession in slotki fische zu verkaufen dennoch verkaufte er fische in slotki stark und breit stand er da neben seinem bottig beinahe so breit wie der bottig zwar hatte er keine konzession aber auch keine falschen gewichte das gesetz kannte er ein eichmeister hatte nichts mit konzessionen zu tun mochte er nur kommen er beobachtete indessen die hechte und die karpfen die sich im bottig tummelten dumme fische die wahrscheinlich glaubten sie lebten immer noch in flüssen was weiß ein armer fisch ach und was weiß ein armer mensch laibusch jadlofka und kennt er auch alle gesetze und alle sitten und gebräuche und charakteranlagen der beamten es kann ein augenblick kommen da steht plötzlich ein unbekannter paragraf auf und wenn es nicht auf den paragrafen ankommt so erwacht zum beispiel eine ungeahnte leidenschaft in einem beamten beamte sind auch menschen sechzehntes kapitel der eichmeister eibenschutz war auch nur ein mensch das leise klingeln der ohrringe euphemias konnte er nicht loswerden manchmal hielt er sich die ohren zu aber es klingelte ja drinnen nicht draußen es war kaum noch auszuhalten man musste ganz schnell und flüchtig sogar den markt von slottky kontrollieren und dann war es vielleicht noch zeit nach swabi zurück zu kutschieren er fuhr durch den wüsten verwüsteten markt die räder seines wegelchens rollten munter über die fortgeworfenen gewichte hinweg und die hufe jakobs gruben sie noch tiefer in den schlamm in der mitte des marktes hielt eibenschutz an stumm und steif wie wachspuppen in einem panoptikum standen die händler hinter den ladentischen von einem laden zum anderen ging anseln eibenschutz neben ihm der gendarme man zeigte ihm wagen und gewichte echte wagen echte gewichte ach er wusste wohl dass es die falschen waren die niemals benutzt wurden er prüfte die punzierungen er untersuchte kommen fächer schubladen winkel verstecke bei der geflügelhändlerin tschatschkes fand er sieben falsche pfund und kilo gewichte er schrieb sie auf sie tat ihm leid es war eine alte hager jüdin mit geröteten augen einer harten nase und einem zerknitterten pergamenten angesicht man hätte sich eigentlich wundern müssen wie es möglich war dass so viele runzeln auf so spärliche wangen heute geraten waren sie tat ihm leid die arme tschatschkes dennoch musste er sie aufschreiben offenbar waren ihre hände zu kraftlos gewesen um rechtzeitig die gewichte hinauszuwerfen wie es die anderen getan hatten sie begann sofort zu schreien gewalt 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 geschieht mir so schrie sie sinnlos mit ihrer heiseren stimme es war etwas von zirpen darin von krähen von schnattern nicht aufschreiben nicht aufschreiben rief sie sie flatterte mit den armen raufte sich die braune perücke die über ihren silber grauen haaren saß und begann sofort ihre mageren hühner ihre armselige ware hinaus zu schmeißen in die straßen mitte in den schlamm diebe räuber mörder schrie sie nehmt mir alles nehmt mir alles nehmt mir das leben aus dem kreischen fiel sie unmittelbar in ein herzzerbrechendes schluchzen es besänftigte sie aber keineswegs im gegenteil es schien sie noch zu größerer heftigkeit zu reizen denn während ihre tränen aus den entzündeten augen strömten und ihre hageren wangen überströmten wie ein regen warf sie noch immer alles hin was ihr in die hände kam ein teeglas den löffel den samovar vergeblich bemühte sich da der eichmeister eibenschütz sie zu besänftigen sie griff endlich nach dem messer mit dem sie das geflügel zu verschneiden pflegte sie stürzte aus ihrem verschlag heraus mit dem gezückten großen sägeartig gezähnten messer ihre perücke verschob sich man sah unter den falschen braunen haaren die echten wirren knäuel ihrer grauen locken und der eichmeister wich einen schritt zurück nicht des messers wegen sondern wegen der haare der gendarmerie wachtmeister slamer mit geschulterten gewehr stand noch immer regungslos man muss sie abführen sagte er ergriff ihre hoch erhobene hand in der das sägemesser drohte in diesem augenblick stürzten alle händler aus ihren buden hervor ein ungeheures geschrei erhob sich man hätte glauben können die ganze lebendige welt schrie und empörte sich gegen die verhaftung der frau soscha saschkes der wachtmeister slamer tat ein übriges er fesselte die alte und so keifend schreiend krechzend unverständliche und sinnlose flüche ging sie dem gefängnis entgegen zwischen den beiden männern dem gendarm und dem eichmeister was den eichmeister anbetrifft so war er sehr aufgeregt er hatte nicht gewollt dass man eine arme törichte jüdische geflügelhändlerin einsperrte er selbst stammte von juden ab er erinnerte sich noch an seinen großvater der einen großen bart getragen hatte und er gestorben war als er anselm acht jahre alt gewesen war auch an das begräbnis erinnerte er sich es war ein jüdisches begräbnis eingehüllt in die weißen leichen gewänder ohne sag fiel der alte großvater eibenschütz in das grab und sehr schnell wurde es zugeschaufelt ach er war in einer gar schlimmen lage der eichmeister eibenschütz weh sehr weht hat ihm sein eigenes schicksal das gesetz einzuhalten war er entschlossen redlich war er redlich und sein herz war gütig und streng zugleich was sollte er machen mit der güte und strenge zugleich zu gleicher zeit läuterte in seinen ohren das goldene leuten der kleinen ohrringe der frau euphemia er schritt dahin als wäre er selbst gefesselt er musste sich trotzdem noch an dem und jenem laden aufhalten in dessen schrie die frau tschaschkes fürchterlich und der gendarme hielt sie an der kette fest während eibenschütz die wagen und gewichte kontrollierte an verschiedenen ständen er kontrollierte flüchtig und hastig es widersprach seinem soldatischen und seinem beamtlichen gewissen aber was hätte er tun sollen die frau schrie das folg der händler benahm sich bedrohlich er wollte hurtig sein und dennoch gewissenhaft er wollte mitleidig nachsichtig sein und die frau schrie dennoch und außerdem läutete es fortwährend in den ohren die ohrringe der euphemia schließlich bat er den wachtmeister slama die frau tschaschkes freizulassen wenn sie nicht mehr schreien sagte slama zur alten händlerin lasse ich sie frei wollen sie ja freilich wollte sie sie wurde freigelassen und sie rannte davon den weg zurück mit flatternden armen sie glich einem kranich schließlich gelangte eibenschütz vor den bottig jatlovkas was machen sie hier fragte er haben sie auch eine konzession fische zu verkaufen nein sagte jatlovka und sein ganzes breites angesicht lächelte es war es lächelte irgendeine kleine sehr hässliche sonne eine sonne der hässlichen nein sagte jatlovka ich vertrete nur einen freund meinen freund den fischhändler schecher papiere fragte der eichmeister er wusste nicht weshalb ihn plötzlich ein so heftiger zorn gegen den armen leibersche jatlovka ergriffen hatte sie haben nur gewichte zu prüfen sagte jatlovka der sich in den gesetzen auskannte sie haben nicht das recht nach papieren zu fragen sie leisten widerstand sagte der eichmeister eibenschütz er wusste nicht weshalb er den leibersche jatlovka so hasste er wusste nicht warum er immerfort im herzen im gehirn überall das gefährliche klingeln der ohrringe hörte bei dem wort widerstand trat der wachtmeister näher wo kommen sie her fragte er den jatlovka ich habe die grenz schenke in swabi antwortete jatlovka das weiß ich sagte der wachtmeister slama ich war schon in ihrer schenke jetzt reden wir dienstlich keine vertraulichkeiten verstanden er stand da der wachtmeister slama im abendschein die sonne schickte noch den letzten rest ihrer kraft über den marktplatz sie vergoldete auch eine wolke die über dem platz dahin schwebte und erweckte zugleich ein gefährliches funkeln in der pickelhaube des gendarm auch sein bayonett blitzte man weiß nicht was damals in laibusche jatlovka vorging er stürzte sich plötzlich auf den janemarie wachtmeister das fischmesser in der hand er stieß wüste verwünschungen gegen den kaiser gegen den staat gegen das gesetz und sogar gegen gott aus der eichmeister eibenschutz und der wachtmeister slama überwältigten ihn endlich der wachtmeister wollte diesmal die wirklichen ketten aus der diensttasche brave widere ketten so führten sie den mann nach slokzow ins bezirksgefängnis von swabi war keine rede mehr immer noch klang in den ohren des eichmeisters das sachte klingeln der ohrringe der frau öphemia siebzehntes kapitel in slokzow hatten der eichmeister eibenschutz und der wachtmeister slama sehr viel und sehr unangenehmes zu besorgen ganz ermattet von der reise kam sie an es war sehr schwer gewesen den wilden und ziemlich gewichtigen laibusche jatlovka obwohl er gefesselt war in den wagen zu bringen der gendarm musste ihm auch die füße fesseln unterwegs spiel jatlovka bald dem gendarm bald dem eichmeister ins gesicht er saß eingeklemmt zwar zwischen den beiden aber er war kräftiger als beide männer und er stieß gegen sie mit den ellebogen dermaßen heftig dass die beide fürchten mussten von dem kleinen wägelchen hinunterzufallen nach drei stunden solch mühseliger fahrt kam sie endlich in slokzow an der gendarm slama pfiff und zwei gemeindepolizisten und noch ein gendarm kam um die einlieferung des laibusche jatlovka zu bewerkstelligen es war bereits sechs uhr abends als sie alle keuchend verschwitzt das bezirksgericht erreichten der untersuchungsrichter war schlechter laune und hatte gerade schluss gemacht und wollte nach hause gehen er nahm trotzdem ein flüchtiges protokoll auf er bestellte den wachtmeister slama und den eichmeister eibenschütz für den nächsten morgen sie verbrachten die nacht schlaflos in einem schuppen in der herberge zur goldenen krone wo alle zimmer besetzt waren und wo man beamte ohnehin nicht gerne sah und beherbergte am nächsten und auch im übernächsten tage gab es nichts anderes als protokolle vernehmungen und wieder protokolle es ging dem eichmeister eibenschütz nicht gut gar nicht gut er hatte das gefühl dass er eine große und schwere sache erlebt habe und was hätte es ihm eigentlich bekümmern müssen was ging ihn eigentlich der jatlovka an gewiss man war ein mensch man brachte nicht gern jemanden ins unglück das sagte sich auch der eichmeister eibenschütz und das sagt er auch dem wachtmeister slama war es nicht möglich die ganze angelegenheit noch ungeschehen zu machen nein es ist nicht möglich sagte slama die protokolle der untersuchungsrichter all die verhöre und schließlich das geständnis jatlovkas selbst dass er gott gelästert hatte und was noch schlimmer war den staat und seine beamten unterwegs als sie so brüderlich zurückführen nach slottokrott der eichmeister und der wachtmeister stiegen eibenschütz ein leiser neid gegen den gendarmeriewachtmeister slama auf der so selbstverständlich alles nahm was ihm in den weg gekommen war er kannte die gesetze genauso gut wie der eichmeister auch er der slama musste wissen dass auf gottes lästerung und beamtenbeleidigung mindestens zwei jahre zuchthaus standen und was machte sich das lama daraus und das merkwürdige bestand eben darin dass sich das lama nichts daraus machte der abend dämmerte schon als sie auf die breite landstraße nach slottokrott einbogen ein sachtes windchen wehte dem wegelchen entgegen und kämpfte die mähne des schimmels knapp drei kilometer vor slottokrott gab es einen abzweigenden landweg der führte nach dem grenzwäldchen nach dem grenzwäldchen das hieß auch nach swabi zur grenz schenke der eichmeister der die zügel hielt verlangsamte den lauf erwartete bis es ganz dunkel wurde dann sagte er wie wäre es wenn wir nach swabi führen dann könnten wir der euphemia berichten was mit jadlovka passiert ist es wäre eigentlich nur eine menschliche tat dem wort menschliche tat konnte der wachtmeister der gendarmerie nicht widerstehen und obwohl er seine frau wiedersehen wollte und obwohl er morgen schon seinen neuen dienstweg hatte sagte er gut nach swabi also eibenschutz und slamer hatten sich gerade an den tisch gesetzt als euphemia herankam sie blieb stehen sie stützte sich mit beiden fäusten auf den tisch sie sah abwechselnd den eichmeister und den wachtmeister an und sagte so habt ihr ihn also hingerichtet und ihr kommt noch hierher sehr leise sagte sie das sie wandte sich um und ging weg kehrte aber sofort um setzte sich an den tisch und schnalzte mit den fingern bestellte zu trinken von ungefähr begegnete ihr knie unter dem tisch dem knie des eichmeisters im not zog er es zurück aber er wusste auch sofort dass er damit nichts aus der welt schaffte geschehen war geschehen jetzt hörte er deutlich das goldene klären der ohrringe es klingelte draußen es klingelte auch drinnen in seinem herzen er sagte laut nun jetzt sind sie uns nicht mehr böse der jatlovke wird zuchthaus bekommen aber er ist selber schuld es war ihm während er so oben über dem tisch daherredete als wäre er zwei ein obere und ein unterer eibenschutz oben trank er und sprach er unten aber im guten dunkel unter dem tisch und unter dem tischtuch suchte sein sehnsüchtiges knie die neuerliche berührung mit euphemia er streckte zage einen fuß vor traf aber nur den stiefel des wachtmeisters sagte pardon und sah aus den augenwinkeln wie euphemia lächelte das verwirrte ihn zwar gab ihm aber auch etwas mut ein also sagte er es tut uns beiden sehr leid frau euphemia wir konnten aber nicht anders es tut uns besonders leid weil sie jetzt so allein bleiben ich glaube nicht dass ich lange allein bleibe antwortete sie zumindest sie beide werden sich meiner annehmen dabei sah sie nur den eichmeister an sie erhob sich und ging der treppe zu die treppe hinauf durch allen lärm der schenke hörte man noch das leise süßer rascheln ihres viel gefälteten breiten dunkelroten rocks es war späte nacht als sie nach hause fuhren nach slotto grott der eichmeister und der gendarme unterwegs sagte der slamer die hätte ich auch gerne ich auch sagte eibenschütz und bereute es sofort haben sie sie denn noch nicht fragte der gendarme was fällt ihnen ein sagte der eichmeister ach und warum nicht sagte der gendarme ich weiß nicht sagte eibenschütz auf jeden fall schloss der gendarme ist es gut dass wir ihn los sind den jatlovka ich schätze zwei jahre eibenschütz knallte aus verlegenheit mit der peitsche der schimmel setzte sich in galopp das wegelchen glitt weich und tortig durch den feuchten sandigen boden des landweges die sterne glänzten mächtig und still das windchen wehte der schimmel schimmerte im dunkelblau der nacht vor den augen des eichmeisters eibenschütz zwei jahre dachte er zwei jahre glück sind ein leben wert zwei leben drei leben er hörte das sanfte klingeln 18 des kapitel in slokzow machte man dem jatlovka keineswegs einen kurzen prozess wie man sagt sondern im gegenteil einen sehr langen angeklagt war er wegen ehrenbeleidigung wegen amtsbeleidigung wegen gewalttätigen widerstandes gegen die staatsgewalt und was das schlimmste war wegen gotteslästerung der prozess dauerte so lange weil die richter des landgerichts lange schon keinen so interessanten prozess gehabt hatten die bezirksgerichte jener gegend hatten viel zu tun lapalien und prozesse der hatte jenem kein geld gezahlt jener hatte den geohrfeigt die bezirksgerichte in jener gegend hatten viel zu tun denn es gab zum beispiel menschen eine gewisse sorte von menschen die sich ohrfeigen ließen freiwillig und mit wonne sie besaßen die große kunst ein paar männer die ihn aus dem oder jenem grunde böse gesinnt waren so lange zu reizen bis sie ohrfeigen bekam hierauf gingen sie zum bezirksarzt der stellte fest dass man ihnen wehgetan hatte und manchmal auch dass ihnen ein zahn ausgefallen war das nannte man visum rapport hierauf klagten sie sie bekamen recht und entschädigung und davon lebten sie jahrelang dies nur nebenbei das war auch nur die sache der bezirksgerichte die landesgerichte aber hatten beinahe gar nichts zu tun in jener gegend wenn ein mord oder gar ein raubmord vorkam so wurde er von der polizei nicht aufgedeckt aber es gab überhaupt wenig mörder oder gar raubmörder in jener gegend es gab nur betrüger und da sie fast alle betrüger waren zeigte keiner den anderen an das landesgericht hatte also so wenig zu tun dass es das bezirksgericht nahezu beneidete also war es froh als es den fall jatlovka zu behandeln hatte vor allem galt es viele zeugen zu vernehmen denn alle inhaber der standplätze auf den markt meldeten sich als zeugen sie bekamen nämlich die hin und rückreise bezahlt und außerdem die zeugengebühr eine krone 36 heller da sie der meinung waren dass sie die volle zeugengebühr nicht erhalten könnten wenn sie etwas günstiges für den angeklagten jatlovka aussagen würden sagten sie nur ungünstiges sogar die frau tschachkes die doch eigentlich den ganzen prozess verursacht hatte sagte aus sie sei vom eichmeister eibenschütz sowohl als auch vom gendarmerie wachtmeister slamer äußerst gütig und menschlich behandelt worden der staatsanwalt erhob die anklage wegen widerstandes gegen die staatsgewalt und wegen gotteslästerung der eichmeister eibenschütz und der wachtmeister der gendarmerie hatten es unter diensteid bestätigt der verteidiger jatlovkas dagegen gab den geschworenen zu bedenken dass ein eichmeister eigentlich ein angestellter der gemeinde kein recht hatte den jatlovka nach der konzession zu fragen ferner hatte sich der eichmeister an der person des jatlovkas vergriffen indem er sich anmaßte ihn zu verhaften und ihn sogar zu fesseln drittens ferner hätte jatlovka mit seiner gotteslästerung gar nicht gott im allgemeinen den allmächtigen gott gemeint sondern den gott im besonderen nämlich den gott der beamten euer gott hat er gesagt es erwies sich aber leider außerdem dass jatlovka aus odessa geflüchtet war und dass er einst vor vielen jahren einen mann mit einem zuckerhut erschlagen hatte für den gang der gerichtsverhandlung unbedeutend wenn auch nicht ohne eindruck war die zeugenaussage der freundin jatlovkas das fräulein euphemia nikitsch die feierlichkeit des gerichts verhinderte sie nicht mit einer geradezu maliziösen freundlichkeit auszusagen dass sie ihren freund den laibusch jatlovka immer schon für einen jähzornigen und vor allem ungläubigen menschen gehalten hätte ohnmächtig zwischen zwei wächtern saß der arme jatlovka auf der anklagebank nicht nur dass er sich nicht verteidigte es fiel ihm auch gar nicht ein dass er sich überhaupt verteidigen könnte man hatte sein ganzes leben durchstöbert man hatte herausgebracht dass er aus russland eingewandert war man hatte ferner herausgebracht dass er einst vor vielen jahren einen mann in odessa umgebracht hatte mit einem zuckerhut er aber hatte mehrere und nicht einen umgebracht und deshalb schwieg er er hieß auch gar nicht jatlovka sondern krambrisch er hatte nur die papiere und selbstverständlich auch den namen eines seiner opfer angenommen man verurteilte ihn schließlich zu zwei jahren zuchthaus verschärft durch einen fasttag in der woche am freitag an dem er seine missetag begangen hatte still und entschlossen ließ er sich abführen neunzehntes kapitel dem eichmeister eibenschutz aber war es als hätte man ihn und nicht den laibusch jatlovka verurteilt weshalb das wusste er nicht das wusste er keineswegs er nahm sich vor niemals mehr nach der grenz schenke zu gehen er sah sich trotzdem um nach der frau euphemia aber sie war verschwunden auf eine merkwürdige weise verschwunden er fuhr sehr schweigsam mit dem wachtmeister slamer nach hause der weg war weit etwa 13 km unterwegs schwieg der eichmeister obwohl der gendarmen oft und oft anstalten machte zu reden den wachtmeister slamer nämlich hatte der prozess äußerst munter gemacht den eichmeister eibenschutz indessen äußerst niedergeschlagen er befand sich in einer seltsamen verfassung der anselm eibenschutz er gedachte mitleidig ja mit wahrer trauer des armen jatlovka zugleich aber auch konnte er sich nicht verhehlen dass ihm die zwei jahre zuchthaus die jatlovka bekommen hatte eigentlich sehr froh machten er wusste nicht genau warum oder er wusste eigentlich genau warum und er wollte es sich noch nicht zugestehen er kämpfte mit sich selbst darüber ob er sich nämlich sein genaues wissen zugestehen sollte oder nicht allerhand törichtes zeug schien unterwegs der gendarmerie wachtmeister slamer zu reden niemals vorher so schien es eibenschutz hatte slamer so viel vorheiten gesagt der abend war schon eingebrochen sie rollten dahin auf der breiten sandigen landstraße zwischen zwei wäldern sie rollten dahin in westlicher richtung die untergehende sonne rötlich und gütig schimmerte ihnen geradewegs in die augen und blendete sie an beiden seiten des weges leuchteten die tannen der waldränder gleichsam von innen heraus als hätten sie das rötliche gold der sonne getrunken und strahlten es jetzt aus man hörte das unermüdliche pfeifen das drillern das zwitschern das flöten der vögel und man roch den scharfen harzgeruch den unerbitterlichen süßen und herben der den beiden unendlichen wäldern entströmte dieser duft war scharf und süß und bitter zugleich den eichmeister eibenschutz erregte er und er streichelte sanft mit der peitsche die rechte flanke des schimmels um ihn anzutreiben wozu antreiben wo jagte er dahin nach hause hatte er ein haus hatte er noch ein haus kreischte nicht ein fremder säugling durch sein haus der säugling nowak ach was weiß ein armer eichmeister nackt ganz nackt kam sich eibenschutz vor es war ihm als hätte ihn das schicksal ausgezogen er schämte sich und das schlimmste war dass er eigentlich nicht wusste weshalb er sich schämte hatte er früher den schimmel angetrieben so bemühte er sich jetzt seinen galopp zu zügeln schon glänzten die sterne am himmel sehr fern und ganz unverständlich von zeit zu zeit warf eibenschutz einen blick empor er versuchte sich einen trost zu holen er bietet es sich ihnen an gewissermaßen in früheren jahren hatte er sie niemals beachtet geschweige denn geliebt jetzt war es ihm auf einmal als hätten sie immer teilgenommen an seinem leben von ferne zwar aber immerhin teilgenommen wie manchmal sehr entfernte verwandte nun erreichten sie das städtchen slottokrott soll ich sie absetzen fragte eibenschutz den gendarm ja gewiss sagte der wachtmeister ich bin müde der gendarmerie wachtmeister slama wohnte am rande von slottokrott dort wo der weg nach swabi abzweigte eine verwitterte holztafel zeigte mit einem weißen pfeil den weg nach swabi an der weiße pfeil leuchtete grell beinahe durch die hellblaue nacht der eichmeister eibenschutz verabschiedete sich von dem gendarm er wollte eigentlich nach hause fahren der eichmeister aber der pfeil der pfeil der leuchtete zu sehr und also lenkte eibenschutz sein wegelchen nach swabi in die grenz schenke es ist spät geworden und darum gönne ich mir an dieser stelle eine pause mir hat das falsche gewicht von josef rot bislang außerordentlich gut gefallen und ich bin gespannt wie es weitergehen wird geht es euch genauso schreibt mir doch einfach wie euch das buch gefallen hat hinterlasst mir einen like und abonniert meinen kanal wenn ihr dies noch nicht getan habt ich freue mich schon darauf mit euch gemeinsam den zweiten teil zu lesen vielen dank und bis bald in da